Nachts in der Künstlerkantine heißt die Operettengala, mit der der Hamburger Sänger Philipp Lüsebrink jetzt im Vereinshaus Neuenburg begeisterte. Mit dem Soloprogramm ermöglichte er den Zuhörern eine Vielzahl von schönen Wiederbegegnungen mit Arien aus Operetten der 20er und 30er Jahre. Viele der Lieder aus Operette und Filmen waren Gassenhauer wie Ob Blond, Ob Braun oder Grüß mir die Frauen im schönen Wien. Und sie waren hinsichtlich Komposition und Text späteren Dichtungen weit überlegen, originell und auch musikalisch anspruchsvoll. Ein nicht ganz aber fast vergessenes musikalisches Erbe, das Lüsebrink in scheinbarter Weise in Erinnerung bringt.